Liebe Freunde von der flachen Erde, liebe Mitbewohner des Globus, anstatt über Hausfrauenfragen zu diskutieren, habe ich mir überlegt, wie man mit einfachen Mitteln, die vermutlich jeder im Haushalt verfügbar hat, physikalische Zusammenhänge demonstrieren kann. Ausgangsbasis bildet eine kleine Plastikschale oder wie in meinem Fall ein Plastikdeckel, den ich jetzt mit reichlich Wasser fülle. Das Wasser soll dazu dienen, die Haftreibung bestmöglich zu verringern. Sobald die Schale komplett gefüllt ist, lege ich ein kleines Stückchen Papier auf das Wasser, das durch seine große Oberfläche als Schwimmkörper dient. Den Abschluss bildet eine einfache Stecknadel, deren Eisenanteile sich entlang des Erdmagnetfels ausrichten. Wie wir sehen können, funktioniert dieser seit tausenden von Jahren bewährte Mechanismus noch heute. Vielleicht bekomme ich für dieses bahnbrechende Experiment ja den Strobell-Preis für flache Erdophysik und 1, 2 oder 3 Millionen Likes. In diesem Sinne, lasst uns gemeinsam weiter am Ball bleiben und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.